Gut, da oben sind Sonnenflügel. Ich muss mich ihnen leise nähern. Geschafft! Woah! Ich bin in der Luft! Woah! Ich bin in der Luft! Woah! 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 Ich bin in der Luft! Dann solltest du eine Energiezelle aus einem der alten Horus Titan holen. Aber erst musst du die mit einem Impuls aktivieren. Ich hab dir eine Software geschickt. Um sie zu nutzen musst du eine der Kommunikationsmaschinen, die du Langhals nennst, überbrücken. Mitten in der Wüste gibt es eine, die du nehmen kannst. Mach ich! Da ist der Langhals. Ich muss auf seinem Kopf landen. Wie lande ich mit diesem Ding? Geschafft! Ich muss es nur über... Okay, Tilda, ich hab den Langhals überbrückt. Gut, dann sind die Energiezellen jetzt bereit. Sammle bei einem Horus eine ein. Nordwestlich deiner Position müsste einer sein. Wenn du die auf Regalas Maschinen fallen lässt, ist da ganz schön was los. Danke für die Hilfe. Ich hab dir gesagt, dass ich helfen will. Woah, da handelst du nachdem.